also wir müssen echt noch mal festhalten der server hat am 1.1. gestartet er hat zwei wochen lang nichts anderes gemacht als 16 karten zu basteln der hat literally zwei wochen nix gemacht tag und nacht außer dieses ding zu bauen wishblatt du darfst aufmachen ich bin übel gespannt wie es aussieht wirklich oh ein bisschen sieht man schon überlegt euch meine jedes kleine pixelchen dane war ein block was ist so gut geworden alter schwede zwei wochen arbeit alter das ist übel gut geworden wie crazy gut das ist das minecraft leute das ich paint da geht auch noch näher ran der blind fisch ist wieder ganz nah dran der blinde alter guckt euch an wie krass gut geworden das ist mega 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 wie viele teile sind das jetzt xerox wischblatt das sind ja sogar mehr als eins immer ne oder ist das ein ein block 500.000 steine eine halbe million per hand alter komm er hat sogar hier außen noch hellere schwarz ein hellere schwarz genommen jedes kleine ding hier ist eins ein block nehme ich mal an dass das mit minecraft geht guck mal auch die ganzen farben dass das geht wie viele farben gibt es hier 16 oder die frage 16 3 2 1 20 oder sowas unglaublich das lassen wir genau so hier stehen mega 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 geil will nur hier außen die wulst noch abmachen crazy sehr schick gemacht ja übel also wirklich hut hut ab ach guck mal ohne shader sieht so aus crazy wirklich sehr sehr beeindruckend so leute und jetzt folgt ihr mir alle jetzt gibt es noch ein anderes schönes geheimnis ihr habt alle lütre dabei ne jetzt folgt ihr mir alle mal jetzt gibt es noch was anderes schönes zu sehen da freue ich mich tatsächlich noch ein bisschen mehr drüber seht ihr das riesen ding hier was rio gebaut hat sieht schön aus oder wie findest du das ruhig das ist doch genau nach deinem geschmack oder nicht so gut es ist so gut ich liebe es einfach alles voll da kannst du gut schlafen ruhig aber und monitoring man richtig glaubst du die sind du auch das ist so gut du auch ich bin so gut das ist so gut ich bin das ist so gut ich bin das ist so gut Untertitelung des ZDF, 2020